Ich reiße, immer wenn ich... Oh, fuck, alter, er spielt! Moin, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bad Wars of Gomme, diesmal wieder. Baut halt keiner unser Bett zu, GG, kommt gleich einer rushen, oder was? Und er steht hier erstmal AFK rum, der mit nem... Mann, nur weil er in real life keinen hat, oder was? Junge! Heute soll's nicht mal ganz darum gehen, sondern auch möchte ich Kommentare vorlesen, die aus unbekannten Gründen nicht angezeigt werden. Die aus unbekannten Gründen nicht angezeigt werden. Ähm, die möchte ich gleich vorlesen, eigentlich. Nicht jetzt, sondern gleich, also, ja. Und natürlich blende ich euch nochmal gleich ein Bild ein, dass ihr auch wirklich seht, dass meine Videos geentmonetabilisiert wurden. Ja, weil ich hab's gesehen, dass es verpixelt war, aber hey, was soll's. Oh, oh. Wenn das keiner merkt. Nein, man! Fuck! Hätte das keiner... Ey, wer hätte der sich nicht umgedritten? Junge! Und du stehst hier immer noch rum, Mann, du Peniswichser! Oh, fick dich doch! Ich glaub, es soll sich auch einfach gar keine Ei sehen, oder? Nee. Der GG. Nein, 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 du. Du Huber und so. Du sollst jetzt nicht merken, dass ich nur noch ein Herz hab. Oh, nice. Ach, das ist ein grüner, ne? Nee, ach so, wir sind grüner. Oh, okay. Essen. Oh, komm, please, essen. Oh, ja, danke, danke, da. THX, Alter. Pass auf, und jetzt kommt so ein Schuss und ich bin tot, oder so. Nein, 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 du Huber. Fuck! Was war das denn, Alter? Mann, du blöder Wichser, steh doch nicht hier einfach nur so rum. Du, ich weiß, du bist nicht in meinem Team, ne? Aber kannst du mich nicht trotzdem mal in Ruhe lassen? Fuck. Oh, Junge, ich hol mir jetzt einfach einen Knüppel. Ich reiße, immer wenn ich... Oh, fuck, Alter, er spielt. Alter, nein. Jetzt, wo das Spiel zu Ende ist. Da, spielt er. Habe ich eigentlich schon die Kommentare vorgelesen? Nice. Auch wenn ich nie gedacht hatte, dass ich so überle... Oh, nein, 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 runter, 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 runter. Ja, runter, du auch. Und du lagst. Nice, ich hab noch einen. Und jetzt kommt den auch. Komm. Nein. Scheiße. Fast. Okay. Auf jeden Fall hat einer geschrieben, nice Video. Ja? Abo und Like haste. Ich kenne die Kommentare schon fast auswendig. Alter, das ist mein drittes oder viertes Video? I don't fucking know. Und diese Runde läuft einigermaßen perfekt. Auf jeden Fall hat er das geschrieben. Und schreibt er natürlich auch noch, finde, du hast Skill. Ich meine, Skill? Okay, ja. Vielleicht ein bisschen. Ähm. So. Und dann natürlich weiß jeder schon, was er gemacht hat, ne? Werbung. Pass drauf, pass drauf. Ja, er ist unten. Auf jeden Fall hat er noch geschrieben, PS. Wenn du Zeit und Lust dazu hast, kannst du ja mal bei mir vorbeischauen. Nein. Nie im Leben. Außerdem hat er mir kein Abo gegeben. Like, kann man sich drum streiten. Ja. Der Nächste schreibt geiles Video. So. Und er hat natürlich nach dem geilen, geiles Video, hat er natürlich noch so ein Zeichen geschickt. Was? Also diesen. Ach, egal. Ich, ich. Wenn ich das finde, dann lende ich euch das mal hier ein. So. Ich habe eine richtig geile Rüstung. Und es ist 1 vs. 1 vs. 1. 1 vs. 1, ja. Ähm. Gegen Team Rot. Oh, den habe ich gerade gesehen. Der ist da hinten. Scheiße. Der ist eigentlich scheiße. Ja. GG. Er müsste doch jetzt abhauen, oder? Und, äh. Falls ich den anderen Kommentar noch nicht vorgelesen habe, er hat geschrieben, GG. Finde ich nice. Habe ich auch über allen Daumen da gelassen. Und den ersten mit nice Video, äh. Den hätte ich so oder so nicht gezeigt. Ähm. Also hätte ich so oder so, ähm. Gelöscht. Was ich ganz witzig fand, ja. Zu meinem ersten Video, ja. Das war ja das Intro, was ich nur hochgelangt habe. Kamen einfach gleich drei Werbungen von YouTubern, die, ich glaube, alle über 500 Abonnenten hatten. Manche sogar über 1000. Fand ich jetzt nice. Ja. Habe ich auch im Spam-Ordner gelassen. Na, also. Ne. Wahrscheinlichen Spam, ja. Da habe ich das drin gelassen. Also unsere Unterhaltung hier, äh. Finde ich auch extrem nett. Wir streiten gerade, wer kommt. Und wer nicht. Ist das dein Ernst? Ja, Bett ist weg. Ja. Oh, ich habe gewonnen. Ja. Geh. Geh, Alter. Nice. Nice. Nice, Alter. So schlecht. Ja. Sorry. Mein Bein. Habe ich ihn auch geschrieben. Aber hey. Auf jeden Fall, Leute. Wenn euch dieses richtig nice Scheiß-Video gefallen hat, ja. Dann. Ich glaube, er wollte schreiben, sei leise oder so. Dann gebt dem Video auf jeden Fall mal 10 Milliarden Likes, ja. Und Abos und, ja. I don't fucking know. Und ich bin jetzt TheBigBank für die Schauen. Und tschau. Und ich bin jetzt TheBigBank für die Schauen. Und ich bin jetzt TheBigBank für die Schauen. Vielen Dank.